Ah Bodensee, ne? Da war sie, da war sie, Mitte in Allensbach, Ding, Allensbach, kennst du Institut, da, diese Hochrechnungs, die Hochrechnungs-Tante, Frau Doktor, Frau Doktor Ding, irgendwie, statistisch ist die schon gestorben, in echtem Wahrschein zu sein, die wird sich drauf halten müssen. Aber auf die Politik, das ist sowieso. Neulich hab ich gedacht, einen Komiker, der weiß ich selber noch mal, der Merz, geht der jetzt noch mal der Partei noch und die ganze Politik geht komplette Dinge noch, dann glaubt man's. Irgendwann haben wir eine Wahl, bei der nächsten Beteiligungswahl haben wir minus fünf, sagen wir, minus fünf weniger. Und dann hab ich gedacht, das ist der Komiker, wo den Merz, weißt du, hab ich gedacht, Maske auf den, war er selber, ne? Einwandfrei, ne? Der, das ist die erste Ratte, wo zum Sink in den Schiff hinschwimmt. odd Das war's für heute.